Hallo liebe YouTuber, hier ist euer YouTube-Kopfzucker. Heute zeige ich euch, wie man mit der App Record My Skin holen kann, ohne dass man ein Schallpad braucht, auf euer iPhone, iPod, iPad. Fangen wir an. Also es gibt eine Seite, die ich euch als Link darunter schreiben will, während uns das Video. Und dann kommen wir auf diese Seite. Als erstes müsst ihr das Datum, sonst geht es nicht, das Datum auf 2012 stellen an eurem Gerät. Das kommt unter Einstellungen, Allgemein, Datum, Uhrzeit. Danach kann es installieren. Da muss man hier auf die Box klicken, da kann man das hier suchen. Hier mit Record My Skin muss man anklicken, da kann man installieren. Aber danach ist ganz wichtig, dass man die Videos zurück auf 2013 stellt. Ja, den Link dazu, den tue ich dann unter das Video schreiben. Und wenn es euch gefallen hat, dann liked und abonniert mich bitte. Und ich will die Kommentare hören, was ich noch besser machen kann und so. Und das ist halt die App im Prinzip. Und so funktioniert sie auch. Und wenn es euch hilfreich ist, dann schreibt es bitte drunter, dass ich weiß, dass es gut ist. Und danke fürs Zusehen. Euer Korfzucker.